Hallo, heute melden wir uns bei euch mit einem kleinen Gewinnspiel. Wir werden gleich durch eine kleine Auswahl der Geschäfte springen, die am Bad Bentheimer Stadtgutschein beteiligt sind. Wenn ihr uns am Ende alle fünf Geschäfte in der richtigen Reihenfolge nennen könnt, habt ihr die Chance, einen der Bad Bentheimer Stadtgutscheine in Wert von 25 Euro zu gewinnen. In dieser niedlichen Boutique findet ihr schicke Kleidung und modische Accessoires. Tolle saisonale Deko mit viel Liebe zum Detail findet ihr hier. Verschiedene Schuhe und tolle Deko-Elemente für den Wohnbereich findet ihr hier. Hier gibt es Schmuck, Postkarten und andere schöne Geschenkideen. Tolle Mode für Sie und ihn gibt es hier. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Eindruck vermitteln von der Vielfalt der Bad Bentheimer Geschäfte. Wir wünschen euch viel Glück beim Gewinnspiel. Macht mit!